was ja das denke ich auch nein wir müssen gegen diese köpfe kämpfen richtig ob der würfel an macht verliert wenn jetzt die ganzen kinder abhauen der theoretisch müsste das hier der fernse der flug von wendem Ha! Oh no! Ist das so? Oops. Ja. Ja. Oh no. Wir müssen doch eh gegen die Königin kämpfen. Oh man, ich hatte so... wo ich nur laufen muss. Stressig! Wir müssen ihr vertrauen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Jetzt diese ganze Sache wieder runter. Huch! Guckt vor der Königin. Komm jetzt nächstes. Oh! Bestie! Oh! Oh! Die sollten vielleicht sogar zusammenherrschen. Okay. Oh! 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 Mammut. Tolles Platz! Na, was haben wir Feines? Oh! Nichts! Wundervoll! Bekommen wir vielleicht noch was? Okay, das können wir uns zumindest speichern. Das können wir uns speichern. Und das sollten wir uns speichern. Ruhe ist weitermachen. Oh, das sieht schon bedrohlicher aus mit dieser Wolke um sie herum. Und zack! Oh, zack! Oh, Mann! Warum ziehen wir so einen Schwachsinn? Ja, das bringt uns nichts. Das fehlt uns anscheinend auch nicht. Oh! Oh! Wenigst hat sie keine so krassen Moves drauf. Ich schwingt nur das Schwert. Auf Platz! Und los! Sehr gut! Auch sehr gut! Ein Leben wird reichen. Wir müssen echt gegen sie kämpfen. Kannst nicht fassen, ey. Nein! Das war falsch. Ein wunderbares Element. Okay, okay, okay. Mist! Wir hatten schon schlimmere Feinde. Wir hatten schon schlimmere Feinde. Und volles Blatt! Die Königin hat schon mehr Schaden als wir. Wir können das benutzen. Zack! Wir müssen ja nur die Königin besiegen. Das hier tun wir mal mit weg. Hier ziehen wir gleich mal eine Geschichte. Die können wir uns auch direkt mal merken. Ich hoffe, ich merke mir dann auch sie zu benutzen. Und... Zack! 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 die Königin wird nicht mehr lang so existieren. Die Königin wird nicht mehr lange so existieren. sehr schön. Wenn ich die anderen einfach ignoriere und mich nur auf die Königin konzentriere, müsste das am besten klappen. Insofern ich diese Flugviecher überhaupt ignorieren kann. Oh nein! Und volles Blatt! Egal, was du zu sagen hast. Sehr gut! Das war ein sehr gutes Blatt. Muss ich schon... Ne, muss ich noch nicht... Wo ist die Königin? Ähm... Okay. Ah, okay. Sie war gerade in dem... Wegen deinen Schatten haben wir eine Million Mal gewonnen. Du wirst uns nicht mehr aufhalten können. Oh nein. Warten, bis sie gleich wieder bei uns steht. Ja, genau. Sehr gut. Zwei. Zwei. Volles Blatt. Vielleicht sollten wir werfen. Aber ich will eigentlich noch einmal... Mist! Okay. Lauf! Drei. 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 Ja! Perfekt. Au! Au! Hört auf! Sehr schön. Ach toll. Wenn du alles so geklappen würdest. Ja, ja. Ich werde nicht sterben. Ich werde nicht sterben. Ich werde nicht sterben. Ich habe nämlich noch einen Heilschrank auf Petro. Oh nein. Bitte. Nein. Na gut. voll gut. Ich werde jetzt nehmen. Und das ist der Neyst zu khatren. Lauf, 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 lauf. Oh nein, ich hatte auch schon wieder vergessen, das. Nein, der Würfel ist weg! Mist! Aber wir haben das dafür. Komm mal hin. Ja, das ist unwichtig. Das können wir uns merken. Das würde ich tatsächlich gerne gegen die Königin benutzen. Ich spüre das Gift. Gleich ist sie tot. Was geht ab? Hä? Aber der Lebensbalken war auf Null. Du siehst, du bist nichts ohne diesen Kurs und Dice. Ah! Warum? Der Würfel hat dir nichts getan. Du siehst, du willst... Was? Sehr gut. Sie war das die ganze Zeit. Oh. Du musst sie wegnehmen. Nein, nein! Ich werde dich nicht sterben. Wenn sie sterben, dann habe ich verloren. Das alles ist futile. Diese ganze Welt kann sterben für all I can, so lange sie leben. Oh, Sandra, ich... Ich bin nicht wert. Shh, nicht sagen Sie das. Natürlich bist du. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Bitte. Es tut. Es tut. Es tut. Es tut. Es tut. Es tut. Sie ist ja voll. Tschüss. Ich kann nicht auf dich hier warten. Aber ich versuche, ich werde dich dort warten. Nein, nicht. Nicht. Wir spielen wieder, okay? Nur du und ich. Nur du und ich. Natalia! Nur du und ich. Oh, Mann. Was für ein Ember. Nichts. Dark Lord. Bitte. Du kannst mich jetzt nicht verhindern. Nichts sehen? Du denkst, ich bin Angst zu sterben? Geh. Das ist mein Kampf. Alexandra. Du hast random спасiert. Das ist viel. Nur ich kann mich selbst спасieren. Ich werde dich danach untersuchen. Ihr gehört der goldene Würfel. the goldene Würfel. An dir der Anderen kann sie den auch benutzen? Ich bin verwirrt. Diese drei Köpfe sind also dafür verantwortlich. Come on. Hurry. Hier aus dem Palast. Ich versuch's. Ich kann nur grad nichts tun. Ähm. Ähm. Okay. Ich glaube, das Spiel ist abgestürzt. Wir kehren mal zurück zum Hauptmenü. Geht komischerweise. Ich, äh, geh gleich nochmal rein. Seltsam, oder? Sei es über Events, Kopf, Placke, Drücke, um ein Blinzelausweichmanöver durchzuführen. Blinzels richtig drücken. Ah, jetzt! Das war wirklich... Das war also wirklich ein Fehler, das ist klar. Äh, ouch! Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, lauf, lauf, lauf! Wo ist unsere Schwester? Los, komm! Komm, schnell! Ich hätte ein bisschen Angst, dass wir unsere Schwester nochmal verlieren. Komm, Würfel, du hast eine Idee. Ja! 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 Vertraue deinem Würfel! Tschüss, Ivan, tschüss, Odd, tschüss, Dicey, tschüss, Kinder. Egal, wo sie in Random landen, Ivan wird sich zurechtfinden. Gut, ist Tichy. Mhm. Gut.